Neurodermitis. Viele von uns haben dieses Leiden schon mal kennengelernt. Vielleicht leiden sie jetzt darunter. Vielleicht haben sie Verwandte, Bekannte oder auch Kinder, die darunter leiden. Vielleicht sind sie erwachsen und leiden noch immer oder neu an Neurodermitis. Mein Name ist Christine Rosatana. Ich bin die Leiterin des Zentrums für Vitalität und Hormonpower. Viele probieren dann alles mögliche aus. Verschiedene Therapien, Ärzte bis hin zu Medikamente. Medikamenten müssen sie nur an den Beipackzettel lesen. Dann lesen sie auch, dass das Nebenwirkungen hat. Und man geht mit den Medikamenten auch nie an die Ursache ran. Was viele nicht wissen? Unsere körpereigene Hormone steuern alles. Steuern körperliche Themen, psychische Themen, Gehirnthemen. Natürlich gehört auch Hautthemen wie Neurodermitis in den Bereich der körpereigene Hormone. Das heißt, es sind Hormone dabei, die vielleicht zu tief sind oder zu hoch sind oder im Zusammenwirken, nicht im optimalen Zusammenwirken geschehen. Das heißt, es ist eine Disbalance zueinander da. Folgende Hormone spielen zum Beispiel bei Neurodermitis eine Rolle und können entweder zu tief, zu hoch sein. Das ist das Hauthormon Estradiol, die weiteren Hormone Testosteron und Progesteron, dann auch Hormone wie Cortisol und DHA, die im Immunsystem- Bereich, anti-entzündlichen Bereich eine riesige Rolle spielen. Sie sehen also, einige Hormone spielen eine Rolle, ob ihre Haut gesund und schön ist und im Zusammenhang auch mit Neurodermitis eine große Rolle spielen. Deswegen ist es wichtig, dem auf die Spur zu gehen, auf die Ursachen zu kommen. Ich lade Sie ein zu einem Gratis-Abklärungsgespräch über Telefon oder Skype. Sie sehen unten meine E-Mail-Adresse eingeblendet. Schicken Sie mir doch ein E-Mail mit Ihrer Skype-Adresse oder Telefonnummer und Ihren Symptombeschwerden. Dann melde ich mich und ich freue mich, Sie am Telefon oder Skype vorab kennenzulernen. Bis bald, Ihre Christine Rosatana. Bis bald. Bis bald. Bis bald. Bis bald. Bis bald. Bis bald.